Der Ball ist ewig lange unterwegs. Ich weiß nicht, ob Ortega nicht vielleicht was machen kann. Meine Reaktion hat natürlich auch perfekt gepasst. Wunderbar. Die Reaktion ist jetzt spannend. Nächstes ist der Fall der Abbruch. Die Tochter bringt eine Zwischicht wieder da. Wunderbar, auch hier in Augsburg, schon zwei Fässer. Über die Abbruch der Abbruch, der sich wieder rausgegriffen. Das ist nun unter das Spiel. Die beiden Mannschaften sind in Höhen vom europäischen Fest. Der Becker kommt mit der Flanke durch. Berlin hat hier beide Sitzungen. Die haben hier aber ein Buss. Die haben hier drei Busserabschlusser angesetzt. Da müssen wir uns auch vorstellen können, dass die Sicherheitsoffizier bei den Mannschaften das sagen hat. Nee nee, ich wundere nach vorne ordentliches Klick, alles gut ist weg. Das ist die Ausbildung, die für vier Kunden vorspringen auf den Abstiegsrelementen.